Berlin Berlin Du bist so wunderbar Berlin Berlin Auf geht's Moat! Hoffe du hast auch absolut nichts vergessen, aber sicherheitshalber nochmal eine Checkliste. Also, Schlüssel, okay. Hast du Geldbeutel? Hab ich hier, schau, und schwupps, ab in meine Tasche damit. Okay, Bierpass? Hab ich auch hier in meinem Geldbeutel, apropos Bierpass. Ich sehe gerade noch zwei Slaschen Bier und ich bekomme eins gratis. Das ist echt toll, das neue Konzept von der Schenke. Echt klasse Idee. Finde ich auch. Hab auch extra drei Pässe mit. Wieso eigentlich drei? Beantworte meine Frage. Nicht mit einer Gegenfrage, Moat. Da komme ich nicht klar drauf. Wie? Wo? Gegenfrage? Ich habe doch ja eine Gegenfrage. Alter, ich wollte doch nur wissen, wieso du drei Bierpässe hast. Ganz genau, mein Alter. Das ist eine klassische Gegenfrage. Ich nenne das aktive Geheimniskrämerei. Mir eigentlich Hupe, wie du das nennst. Wenn du alt genug bist, sage ich dir eventuell mal, was das mit den Pässen auf sich hat. Aber nun weiter zur Checkliste. TV ist aus. Na Lego, mach das Ding doch immer aus. Und ich bin der Meinung, dass wir nun alles haben. Also los, los, aufbrechen zur Schenke. Okay, okay. Dann mal los, Alter. Die Schenke hat nicht mehr lange auf. So, Alter. Noch abschließen und dann ist alles gut. Du, da kommt jemand. Ja? An den Schritten zu folgen würde ich sagen, zwei Personen. Männlich, der eine 1,50, der andere 1,69. Ich würde sagen, der eine so um die 30, Schuhgröße 45 und der andere so um die 40. Schuhgröße, ja, 42. Hm. Irgendwie beschreibst du gerade uns, Lenny. Ich meine, wir sind männlich, aber das mit der Größe, okay, da müsstest du nochmal üben, aber sonst passt das alles perfekt. Ich rede nicht von uns, Mann. Da, schau die zwei Typen da. Die da kommen, die meine ich. Okay. Hm, du bist echt krass. Wie machst du das? Hey, das ist ja echt krass. Du hast die beiden fast perfekt beschrieben. Ja, mein Bester, du hast mir vor drei Jahren mal mal nach Zahlen geschenkt. Und seitdem habe ich irgendwie ein Gefühl dafür. Guten Abend, die Herren. Guten Abend, ihr beiden. Guten Abend. Guten Abend, hi. Manuel, wir müssen das noch üben. Immer freundlich sein. Und die Gebührenzahler nicht verärgern. Aber woher wollen wir wissen, dass die beiden überhaupt die EZ-Gebühren bezahlen oder nicht? Ich kann nicht ersehen. Naja, so hellen seid ihr zwei ja auch nicht, wa? Ja, das stimmt. Aber darf man fragen, wer ihr beiden überhaupt seid? Ich bin Luchi Musaki. Das ist Manuel Musaki, mein Bruder. Oh, hey, da habt ihr euch aber verlaufen, wa? Ihr seid sicher die Brüder von Ina. Ina Musaki, die wohnt zwei Blöcke weiter. Du kennst aber auch echt jeden, die hier in Berlin, wa? Ich meine, damals schon, wo der Typ Inge Häusler gesucht hat. Zack, Lenny wird gefragt. Und zack, Lenny weiß, wo die wohnt. Na, wie du schon sagtest, Berlin ist ein Dorf. Und wenn man hier zehn Jahre wohnt, da lernt man ja dies und das und alles Mögliche kennen, wa? Nein, wir kennen diese Mareike nicht. Wir seien von der GIZ und haben Hinweise erhalten, dass sie keine GIZ zahlt, aber GIZ-pflichtige Geräte besitzt. Ach du Scheiße, nun schickt die ARD schon ihre Bluthunde nach Prenzlau. Also, denen muss es echt schlecht gehen, den Öffis. Nein, der GIZ geht es nicht schlecht. Und nein, wir wurden nicht von der GIZ geschickt. Wir sind im Moment im Urlaub und haben heute einen anonymen Hinweis bekommen, dass sie hier schwarz TV schauen. Das Einzige, was wir hier schauen, ist aus dem Fenster und selbst das nicht mal richtig klar, weil die WVG nach zwei Jahren es immer noch nicht geschafft hat, die Fenster zu ersetzen. Echt? Ist krass. Aber ich sag dir, das wird sich auch nicht so schnell ändern. Also uns sagen egal, was VGW sein oder sonst was, wir haben gehört. Passt mal auf, ihr Beden. Ich und mein Kumpel haben eben noch Melken mittendrin geschaut und wollten jetzt eigentlich ab eine Schenke und ihr beiden Pappnasen haltet uns derbst davon ab, dass wir hier gleich Big in Japan machen. Was so viel heißt wie, wir machen gleich die große Ziehung. Das wissen wir, was das heißt. Und sie haben eben gesagt, dass sie eben Fernsehen geschaut haben, nämlich Melken. Also, sie haben doch ein TV-Gerät. Falsch, Alter. Ganz falsch. Das kommt davon, wenn man mich nicht ausreden lässt. Also, wir waren bis eben bei unserem Kumpel Werner und haben dort auf ARD erst die Sportschau gesehen und dann haben wir umgeschalten zu Melken mittendrin. Ganz einfach. Danach mussten Lenny und Icke hierher zu meiner Wude, weil natürlich wir noch Geld brauchten und das liegt nun mal in meinem Schrank daheim. Ganz genau, Alter. So war das. Hm, ich glaub, der Werner, der zahlt keine GZ. Der hat sowas mal erwähnt, irgendwie. Ah, das ist interessant. Sie wissen nicht zufälligerweise, wo dieser Werner wohnt? Ludi, das liegt doch auf die Hand, dass die wissen, wo ihr Freund wohnt. Sie waren doch dort und haben bei ihm eben Schwarz-TV geschaut. Manuel, halt die Klappe. Das konnten wir schon selber denken, aber man muss hier mit allen Tricks arbeiten, um den beiden die Adresse des Sünders rauszulocken. Mauerblümchenweg 13, in Mitte, dritte Etage, Werner Winter. Wollen Sie noch seine Kontonummer haben? Nein, das reicht uns. Wir müssen dann los und danke für Ihre Mithilfe. Kein Ding. Machen wir doch gerne. Solche Sünder mögen wir ja auch nicht. Ich meine, Mohand und Icke, wir schauen immer nur dumm aus der Wäsche oder aus dem Fenster auch schon mal. Wir mögen keine Leute, die nicht angemeldet sind und die schwarz schauen, schwarz gucken oder wie das sich nennt. Gute Einstellung, aber Moment mal. Nix, Moment. Wir sind dann mal weg. Schönen Abend noch. Wir haben's eilig. Äh, Ludi, wir hätten Sie aufhalten sollen. Wir hätten Sie aufhalten sollen. Warum denn? Ich versteh dich nicht, du Superfahnder. Das ist ja und immer dumm aus der Wäsche. Das ist doch, glaube ich, so eine Spielshow auf ARD. Oh Mann, Manuel, was für ein Panorama du mit dir rumträgst. Ich fass es nicht. Boah, Mohand, das war echt knapp. Gut, dass wir Werner als Sündenbock hatten. Ein geschicktes Ablenkungsmanöver. Ja, der wird sich sicher freuen, wenn die gleich bei dem aufkreuzen. So, nun aber auf, Gas geben, ab zur Schenke. Berlin. Du bist so wunderbar, Berlin. Berlin.